Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier ist der Ort, wo ich neue Energie bekomme. Wir verbinden Tradition und Moderne. Diese Praxis ist mein Geheimtipp. Super, das ist viel beweglicher geworden. Mir ist wichtig, dass ich jeden Tag meine Möglichkeiten nutze. Im Leistungsport bin ich schneller geworden. Bei meiner Arbeit erlebe ich jeden Tag ein kleines Wunder. Ich bin dankbar, dass ich jeden Tag mit besonderen Menschen zusammenarbeiten darf. Mir ist eine große Rolle. Untertitelung des ZDF, 2020